Das ist wahrscheinlich jemand anderes. Ich baue first. Hm? Ich baue. Ich baue. Da ist er. Hallo. Und wir haben einen kleinen Stalker dabei. Den Wi-Fi. Und ich fliege natürlich erstmal direkt runter. Das war natürlich... Oh, lol. Souverän von mir. Ich habe mir gerade so eine Höhle gemacht. Und, ja. Nette. Wi-Fi ist gestorben, alles klar. GG auf jeden Fall. Vielleicht was nenne ich denn mal? Old-Name-Crash. Der hat vorhin einer. Äh, in dein Chat geschrieben. Sagt, hallo YouTube. Für mein 10k-Abo-Special. Ich weiß. Ich habe jetzt gerade mal so seinen Namen... Er hat seinen Namen eingeschrieben. Es gibt nicht mal ein Suchergebnis. GG auf jeden Fall. Ich denke, das ist irgendwie sein erstes Video. Aber es ist so, wenn jemand nur einen Kanal erstellt hat, noch keine Videos hochgeladen hat, oder ähnliches, dann werden die Kanäle gar nicht angezeigt. Wo bist denn du? Ah, da unten. Sehe ich dich gerade durch die Gegend fallen. Äh, nee, irgendwie nicht. Also übrigens, wir haben noch ein paar Themen anzusprechen. Das mache ich jetzt einfach kurz. Und zwar zum einen haben wir nun ein neues Kanal designt. Vielen, vielen Dank an Mr. Citrus, der uns das gemacht hat. Sowohl das Profilbild als auch das Banner. Ihr dürft zuerst auch gerne auf seinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Den Link dazu packen wir natürlich in die Videobeschreibung. Und dann gibt es noch ein zweites kleines Thema. Und zwar hat man wahrscheinlich auch schon gehört. Ich habe ein neues Mikrofon. Da habe ich gestern eine Folge drüber gemacht. Äh, in Jump World. Das heißt, wenn ihr euch dafür noch ein bisschen interessiert und die Folge noch nicht gesehen habt, dann dürft ihr da auch sehr, sehr gerne nochmal vorbeischauen. So, das war es von den Themen, die wir jetzt geplant hatten, in dieser Folge anzusprechen. Und ich bin jetzt einfach der ausstehende Kommentator. Und Tegel, äh, TX HD kämpft gegen Joe Fett. Ein harter Kampf. Da wird TX erstmal weggeschlagen. Kann er sich wehren. Oh, da kommt die Ender Pearl Attack. Also, ich will... Wer wird als erstes durch die Wand durchbrechen? Ja? Ich will jetzt nicht übermütig klingen, aber der Typ sieht nicht gut aus. Es wird ein spannender Fight. So einen Kampf hat die Menschheit seit Jahrhundert nicht gesehen. Oh, das war knapp an der Kante. Und er schlägt ihn runter. Doch, der andere kann sich retten. Schlägt erstmal auf den Creeper ein. Er wird kontrollieren. Und inmitten der beiden Absied wohl davon Schaden genommen haben. Man wird es niemals wissen. Und er rettet sich schon wieder. So schlecht scheinen die beiden Spieler nicht zu sein. Das ist auf jeden Fall einer der Jahrhundertfights. Und wird B. Beat Show Fighter gegen Kedix hat ihn bestehen. Oder jämmerlich versagen. Da wird erstmal ein Creeper gesetzt. Mal sehen, was uns sonst noch alles erwartet. Und die Creeper explodieren und schleudern. Beat Show Fighter erstmal aus seinem Loch heraus. Doch, was passiert nun? Da werden beide runtergeschlagen. Boah, beide überleben. Durch hervorragende Ender Pearl Würfe. Und da möchte Beat Show Fighter flüchten. Wirft eine Ender Perle. Und sie kommt auch an auf der entgegengesetzten Seite der Map. Übrigens eine sehr schöne Winter Map. Und da geht Tegel wieder in den Angriff über. Und schlägt ihn runter. Oh, er hat sich gegen fliegende Blöcke herabgeportet. Doch konnte es sich nochmal retten. Das war ein hervorragender Wurf. Was wird als nächstes passieren? Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach die ganze Zeit das gleiche. Ähm, er rennt weg. Das ist kein Einwand. Er rennt weg. Und rettet sich nochmal mit Ender Pearl. Oh, da hat er sich in den Block reingeschoben. Das kann auf jeden Fall eine kritische Situation werden. Kann sich Tegel retten. Ja, die Ender Perle kommt am letzten Zipfel der Map an. Da hat er nochmal ordentlich Glück und Skill bewiesen. Mal sehen, was noch im Verlauf dieses Kameras ist. Auf uns zukommt. Es scheint auf jeden Fall sehr, sehr spannend und langatmig zu sein. Vielleicht kann sogar die Knappe der Ender Pearl oder gar Nahrung ein entscheidender Faktor sein. Wie viele Ender Pearl hast du noch? 20. Oh, das kann auf jeden Fall knapp werden. Nun erhalten alle Spieler einen Tracker, auf den der nächste Spiel angezeigt wird. Als Schutz vor, ähm, Camper. Wobei wir dieses Problem anscheinend in dieser Runde nicht haben werden. Mal sehen, was als nächstes kommen wird. Gerade eine etwas ruhigere Situation. Der Kommentator weiß so langsam nicht mehr, was er sagen soll. Und hat sich wahrscheinlich schon 20 Mal wiederholt. Doch wenn du dauerhaft ein so langweiliges Match kommentierst, dann passiert so etwas schon mal. Ist das der entscheidende Punkt? Nein. Beide können sich hervorragend retten. Es ist auf jeden Fall ein Duell am Limit. Und da wird Tegel weggeschlagen. Es muss nur einmal ein Ender Pearl falsch ankommen. Und, oh, da hat er Glück gehabt, dass es nicht runtergefallen ist. Denn von Bio Fighter wäre die Ender Pearl daneben gegangen. Oh, er kommt auf den Boden an. Es bricht durch. Das sieht sehr, sehr gut aus. Tegel. Und da gewinnt er das Match. Das ist ja unglaublich. Das können die Masse gar nicht fassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Video wieder. Wow, Dad. Abmoderation. Bis gleich. So, und da sind wir zurück. Wir spielen diesmal in einer dreimal irgendwas Map. Dreimal vier. Vierer Map. Ich renne gerade Wi-Fi hinterher. Das Problem auf dieser Map ist einfach nur, dass man nur 16 Ender Pearl hat. Und das ist echt kritisch. Sehr kritisch. Wobei man auch sagen muss, dass es unterschlagen schon eine Kunst hier auf dem Server ist. Äh, auf dem Server. Das meine ich natürlich. Lol, ich backe gerade richtig hart. Und ich habe nur noch drei, fünf Ender Pearl. Ich habe noch sechs Ender Pearls, weil ich gerade auch runtergeschlagen wurde. Gerade, wo ich sage, ist es schon klar hier, jemanden runterzuschlagen. Lass mal runter. Ich habe gerade jemanden genau über einen Block hinweg geschlagen. Schon wieder. Das gibt es doch nicht. Ich schlag ihn immer über dieses Scheiß Loch drüber. Oh, oh. Ich werde fast nicht mehr sagen. Nein, das muss ich hier ernsthaft eine Ender Pearl dafür aufopfern. Das sehe ich überhaupt nicht mehr. Da ist Jumping Runs geht es erstmal um die Ecke gesprungen, um keine Ender Pearls zu verschwenden. Spaßam bin ich heute. Spaßam am Limit. Und da muss ich mich retten. Nur noch fünf Ender Pearls. Es kann knapp werden. Ich glaube, Team Grün ist echt gut. Und Team Gelb. Oh nein. Ripp. Das war es mit dem Psydex. Wah. Oh. Lol. Lol. Die letzte Ender Pearl kam einfach so im letzten Moment noch an. Ich dachte schon, ich sei tot. Aber ich habe nicht eine Ender Pearl. Ich habe nicht eine. Ähm, ich habe noch fünf. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist. Ähm, Wi-Fi. Ich vercampiere glaube ich mal ein bisschen. Wi-Fi ist auch noch am Leben. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Vergiftungstränke, ja? Und fokussen hier diesen. Wir fokussen hier mal den. Ich habe ihm jetzt richtig gerade einen Vergiftungstrank reingeworfen. Er kriegt jetzt richtig hart Schaden und wird wahrscheinlich bis auf ein halbes Herz runtergehen. Ja, wo war das? Ja. Oh, komm. LOL. Meine letzte Ender Pearl ist angekommen. Meine letzte Ender Pearl ist angekommen. Ich habe keine Ender Pearls mehr. Ja, das gleiche war bei mir. Ich habe keine Ender Pearls mehr. Also den Typ, den du vergiftet hast. Ja. Ich weiß nicht, ob er gleich tot ist. Ja. Ja, er ist tot. So, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Man kann auch Items droppen. Ja, kann mal, wo bist du? Ja, wo bist du? Ergibt mir. Nein. Wer? Wer? Oh mein Gott. Wo bist du? Ja. Hier, du hast mal welche. Schnell. Ender Pearls. Ender Pearls. Ender Pearls. Ender Pearls. Ich habe keine. Ich habe keine. Komm, 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 komm. Du bekommst du Zwecke. Du hast welche. Ich habe welche. Oh mein Gott. Ich habe immer noch keine. Übrigens. Okay. Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine Chance. Oh mein Gott, ey. Also, ich würde sagen, wir machen die jetzt noch easy weg, ne? Ja, das würde ich auch so sagen. Das habe ich auch so gehört. Aus vertraulichen Quellen. Ich bin tot. WiFi ist gerade einfach runtergelaufen? Nein, das bin ich. Achso, du hast das. Und, ja, ich hatte Lust am Runterlaufen. Nein, der hat mich runtergeschlagen mit seinem, ähm, ähm, mit seinem Bogen hat er mich runtergeschlagen. War auf jeden Fall nicht zu geil. Aber ich denke, ihr werdet jetzt wieder einige Ender Pearls haben, dadurch nur Vorteil vielleicht. Ja, wir nutzen den hier jetzt erstmal. Oh, wie viel musste ich gerade einige Ender Pearls aufopfern? Aber er überlegt. Aber er kommt an. Noch gerade so. Ich werde jetzt keinen Ender Pearls mehr haben. Es geht wieder meine Kommentation raus. Aber ich habe einen, ich habe einen gekillt. Dass ich es sonst machen soll. Ich habe einen gekillt. Oh, okay. Das heißt, es ist ein Tour One. Ja. Ich weiß nicht, ob er Ender Pearls braucht. Und er, okay, ihr habt ihn gerade schon runtergeschlagen. Aber er konnte sich retten mit einem Ender Pearl. Und er ist schon wieder unten. Ihr müsst jetzt echt darauf gehen, dass ihr möglichst, äh, drauf geht. Wie viel hat er keine Ender Pearls mehr? Und er fällt. Aber im besten Fall habt ihr gewonnen. Und er stirbt. Und er stirbt. Er stirbt. GG. Ich würde mal sagen. Also ich habe mich sehr nutzvoll in den letzten Runden gefühlt. Ich habe null Kills gemacht und zweimal gestorben. Direkt. Das ist erstmal direkt am Anfang. Naja, egal. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Und da geht es weiter. Wieder auf der Map Frozen. Und ja, ich würde sagen. Das drücken wir mal alle weg, oder? Ja, richtig easy, würde ich sagen. Mein Ziel ist, das ist die ersten 10 Sekunden zu überleben. Deswegen stelle ich mich jetzt ins Haus rein in der Ecke. Und hoffe, dass die 10 Sekunden nicht vorbeigehen. Was? Jetzt muss ich nur so viel losziehen. Hier ist ein Große. Da kannst du rein gehen. Ich muss mal ganz kurz meine Traunzen ein bisschen leiser sein. So, jetzt geht's. Jetzt habe ich schon mein Ziel für diese Folge erfüllt. Jetzt kann ich wieder komplett aufgehen. Der muss sich auch so viel penetriert vorkommen. Ja. Glaube ich auch. Der ist auch ein bisschen... Äh, cool. Ist halt einfach irgendwie kaum knockback. Aber egal, der ist jetzt auch tot. Ja, er sneakt auch, aber er kriegt auch nicht wirklich was hin. Wird die ganze Zeit irgendwo rumgesneakt. Aber den Kill hat natürlich wie viel hat er bekommen. Ich habe den bekommen. Ich habe den bekommen. Was? Ich habe den Kill. Achso, Loll. Wie viel noch mal ein Kill gemacht davor? Ich gucke mal kurz nach. Ich gucke mal kurz mitten im Kampf nach. Ja, irgendwie so. Das macht man zu einer kritischen Situation. Das mache ich auch immer im Real Life, wenn was kritisch ist. Erst mal öffne ich kurz den Chat. Ja. Und schaue, was abgeht. Keiner. Na, ich mache mal. Ähm, Position zu... Oh, da steckt gerade einer. Oder? Der ist einfach durchs Loch gerannt hier hinter dir. Der ist einfach durchs Loch gerannt. Komm bitte, lass mich den Kill bekommen. Er hat sich gereitet, oder? Nein, er ist gestorben. Er ist einfach durchs Loch gerannt. Nice. Ja, komm mal mit. Ja, da hinten kämpfen sich ein paar. Bekämpfen sich ein paar Leute. Ich glaube, da können wir mal ein bisschen stören, oder? Okay. Ja, gut, alle kommen wir hier. Na, komm mal her, nochmal. Nein. Aber ich muss sagen, ich überlebe echt lang diese Runde. Oh. Nein. Er hat es überlebt. Nein, ich backe in der Wand. Ich, ich backe in der Wand. Und? Oh, die ist ja lacker. Ich bin gestorben, weil ich in einer Wand festgebackt bin. Was? So, jetzt ist dein Turn. Äh, zum Kommentieren. Und, habe ich den Kill? Die Ender Pearl kommt hinter dir noch an. Sie kommt hinter dir noch an. Und da versteckt er sich. Was soll so füßig gehen? Kommt, Zeitix. Jetzt ist er richtig heiß. Jetzt ist er heiß. Er fällt runter. Wie heiß er ist. Und wie heiß er ist. Ich habe das Achievement Autsch erhalten. Und da rettet er sich gerade so noch über die letzte Kante. Kann das jetzt noch schaffen. Kann das jetzt. Er sagt, er ist von Hälfte der Insel. Und jetzt. Er fällt, er fällt. Der Gegner fällt, er fällt. Er rettet sich. Er rettet sich. Und reißt Zeitix fast mit in den Tod. Aber noch kann er sich gut retten. Noch kann er... Und da hat er den Kill. Da hat er den Kill sicher sich geholt. Ja, der ist tot. Alles klar. GG auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch einen Gegner. In den echten Gomme. Ach, ich der Gomme. So, komm, den sollst du easy kriegen. Komm, den kriegst du easy. Den kriegst du easy. Der ist nicht gut. Alles klar. Das war knapp. GG. Er schreibt einfach GG. Alles klar. Gomme ist ein bisschen übermütig geworden. Als ob ich sterben würde. Ich kann erst mal mit dem Mikrofon hängen. Komm, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Nein, hat man nicht. Na komm. Ach, Mann. Wieder die alte Position hier. Oh, er fällt schon wieder runter. Oh, er fällt. Er sollte sterben. Er ist auch irgendwann mal... Du hast gewonnen. Ah, dann... Er ist wieder oben gewesen. Als ob. Wie hat der die... Alles klar. Du schaffst die Enderperlen hinterher. Komm, Zeitix. Jetzt vertrete deine Runde noch ehrenhaft. Jetzt werf die Enderperlen vor ihn. Werf die Enderperlen vor ihn. Vor ihn. Warum soll ich mich... Oh, ich hab kaum mehr Enderperlen. Ich muss Sporstums vor ihn. Aber ich denke, er hat auch keinen. Jetzt. Ja. Nice. 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 Er fällt. Er fällt. Er fällt. Ja. Du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ja. Da hast du auch noch einen gewonnen. Der hast du zurückgemacht. Du bekommst einen Keks, Zeitix. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ich schulde schon so vielen Leuten einen Keks. Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.